Weißt du, was das Wort Talent heißt? Nein. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Talent hat. In einer verschiedenen Art und Weise und in verschiedenen Bereichen. Also Talent ist etwas, was man gerne macht. Und etwas, wo man seine Inspiration spürt. Ach so. Birgit, was denkst du über Talent? Perfekt. Das ist, wenn man etwas gut kann und halt perfekt und grandios halt ist. Plötzlich eine Frau auf der Bühne zu sehen, die singt, das war zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren. Natürlich haben wir vor der Eranischen Revolution auch Opa gehabt. Es ist immer eine Gabe und ich glaube, es ist wichtig, dass man damit etwas, dass man das herausbringt. Es ist wie so ein Auftrag vom Himmel. Mach was damit. Das inflictentscheint. Musik 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 Und ihr merkt, dass es praktisch ein Tier zu groß ist. Ihr braucht es nicht, aber es braucht es nicht. For me Let us melt together I'm in you And you're in me The most tender poem For me For me